Nein, es ist mir wirklich ernst. Tönen Sie mich filmen? Nein, nein, stell dir vor. Also, ich heisse. Kennst du den Haas mit der Pistole? Nein, das ist eine Konzentrationshübung, das musst du machen. Ich lege es einfach schon auf, wenn ich nur... Ja, ich weiss. ...eu in dieser Montur sehe. Ja, okay. Wieso laufen wir jetzt genau? Es ist eingeschlafen. Es ist eingeschlafen. What? Also, es tut mir leid, aber ich... nur mit Amateurisen. Der Dani hat jetzt einfach noch ein Zeitchen. Es tut mir leid. Nein, es ist schon gut. Nein, es ist schon gut. Guten Morgen miteinander. Es geht schon wieder los. Heute probieren wir es mal in Mütlberg. Wir haben heute einen Special Guest. Ein Schulplatz. Das Velo habt ihr vielleicht schon gesehen. Wir machen auch noch ein wenig Velo-Porn. Dann schneiden wir es dann wieder recht. Oh yeah! Oh yeah! Und dann sind wir mit dabei. Fies. Auf einen schönen Tag. Auf einen schönen Tag. Auf einen schönen Tag. Wenn wir es sicher haben. Wir fahren jetzt mal runter. Und dann schauen wir weiter. So, wir machen den Aufstieg. Antennentrail. Bin ich hier abzuschleppen. In der Ostzone. Ja. So, warm bin ich. Das Herz pumpt. Die Leeren sind im vollen Blut. Es läuft. Lass den Gummi räuchen. Nicht abzuschleppen. Nicht abzuschleppen, Lass. Nicht abzuschleppen. Ich sehe, das erste Mal an diesem Trailer hat sie noch nie gemacht. Oh nie! Yeehaw! Wir haben es! Wir haben es! Nur noch ein. Soll ne? Soll. Den geht weg. Das war's für heute. Ja, das war's! Es ist ein bisschen Scheiss, jetzt schauen wir uns. Einfach drüber rollen! Das ist keine Treppe, nur rollen! Rollen! Das ist nicht schlimm, das sieht nur schlimm aus! Einfach drüber rollen! Warte, zwei Meter hinten noch mal versuchen! Ich glaube das nicht, aber für einen Anfänger, wenn du zu vorne kommst, sieht das so aus. Und das ist so ungemütlich. Und wenn man dann zum Fahrer kommt und erst da vorne ist, sieht man, das ist ja easy. Darum üben wir das zwei, drei Mal. Also, probieren wir! Eine Gacke in den Hosen! Eine Gacke in den Hosen! Du siehst ja, du kannst einfach rollen! Und einfach drüber rollen! Ja! 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 Ich hab eng gather. Diets! Ich bin glaube ich sah! Ja! Ja, das war schon gut, ey. Also wir sind beim Auto wieder eingeladen, nicht Auto, Auto. Wie hast du heute gefunden? Ich habe zwei rechte Challenges überwunden. Ich bin die Scheiss-Steine oben ab und ich bin stolz auf mich. Hat sie gut gemacht, hat eigentlich alles gefahren. Bist du ein-, zweimal so ein bisschen ab? Ja, weil ich dann so eine riesen Wurzel kam und ich dachte, Scheiss, jetzt gehe ich vorne raus. Dabei wäre ich eigentlich sehr wahrscheinlich nicht vorne rausgekommen, aber es ist der Kopf. Den Kopf üben, weiter dran bleiben, weitermachen. Mal schauen, ob der Benni am Blütteln ist. Der hat so ein geiles Mobil. Wir müssen das mal reinziehen. Ein inwendiger Ausbau. Oh, schau, ich wusste es, der ist am Blütteln. Das war geil! Also, ist es gewesen, das Mal. War gut gewesen, cool gewesen. Hat sich gelohnt. Wir sind zufrieden, wir sind happy. Nichts passiert, heute ohne Schaden. Ohne Materialschaden, Personenschaden, sonst Schaden. Ich habe ein bisschen Hirn, aber das ist normal. Also, wünschen. Schöne Hinnich. Und es nützt nichts, die Trails, die man macht für euch. Die riesen Investitionen. Hallo. Schöne possiamo... Also, wir müssen ja hier Leadership sein Lömer planように countertionezen, wann Papi Stitch im Laden. Du bist gesehen.